Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des ADHS-Family-Podcasts, dem Podcast, der euch das Neueste aus der ADHS-Forschung, Tipps und Tricks zur Erleichterung des Alltags und jede Menge Verständnis für eure ganz spezielle Situation bringt. Ich bin im Übrigen Anna, vor 16 Jahren noch verzweifelte Mama eines ADHS-Kindes, aber heute, viele Jahre und mehrere Fortbildungen später, bin ich Expertin für ADHS und eine sehr entspannte Mutter eines mittlerweile 20-Jährigen, der trotz dieses Syndroms zu einem glücklichen und beruflich erfüllten jungen Mann herangewachsen ist. Ich möchte euch mit diesem Podcast genau dort zur Seite stehen, wo auch ich vor vielen Jahren Hilfe gebraucht hätte. Denn ich wünsche mir nichts mehr, als dass es euch auch gelingt, euer Kind in ein glückliches und erfolgreiches Erwachsenenleben zu begleiten. Bevor es aber mit der Episode losgeht, lasst mich noch darauf hinweisen, dass ich in meinem Podcast ab nun immer nur von ADHS spreche, weil das in der Fachwelt so üblich ist. Gemeint ist damit aber auch immer die verträumte Variante der ADHS. Ja, ihr Lieben, heute kommen wir zu Teil 2 unserer Eltern mit ADHS-Serie. Im ersten Teil haben wir ja bereits besprochen, dass ADHS hochgradig vererbbar ist, dass Kinder eine stabile und liebevolle Beziehung zu ihren Eltern brauchen, um sich seelisch gut entwickeln zu können und auch die Interessen der Kinder gut gefördert werden sollten, damit sie ihr Potenzial ausschöpfen können. Dabei haben wir uns angesehen, wo hier die Schwierigkeiten aufgrund der ADHS der eigenen Eltern liegen könnten und was man dagegen tun kann. Außerdem haben wir darüber gesprochen, dass erwachsene ADHSler auch immer wieder über ihre eigenen Grenzen gehen und dass das kombiniert mit häufigem Schlafmangel ebenfalls nicht unbedingt zu einem günstigen Erziehungsverhalten beiträgt. Und auch hier habe ich versucht, euch einige Ideen an die Hand zu geben, wie ihr das, falls das bei euch ein Thema sein sollte, verbessern könntet. Und heute wollen wir uns weitere für die Erziehung und Begleitung unserer Kinder wichtige Dinge ansehen, gleichzeitig aber auch gucken, wo man als von ADHS betroffener Elternteil hier Probleme hat und wie diese behoben werden könnten. Bevor es aber losgeht, wie immer der Hinweis auf das begleitende PDF zu dieser Folge, dass ihr euch unter www.adhshilfe.net slash Eltern mit ADHS 2 herunterladen könnt. Eltern mit ADHS in einem geschrieben und die zwei als Ziffer geschrieben. Und heute auch nochmals der Hinweis darauf, dass es Ende April wieder eine Webinarwoche geben wird, in der ihr an einem von insgesamt drei Terminen gerne bei meinem Webinar Stressfrei durch Alltag und Schule trotz ADHS teilnehmen könnt. Das Webinar ist kostenlos, enthält eine Fülle von Tipps für den Erziehungsalltag und die Schule und alles, was dabei zu tun ist, ist mir zuzuhören bzw. zuzusehen und wer mag, kann am Ende auch noch seine Fragen stellen. Anmelden könnt ihr euch dafür unter www.adhshilfe.net slash Webinar. Ich verlinke dazu auch in den Shownotes. Gut, dann kann es auch schon losgehen und das Erste, das wir uns heute ansehen, ist der allerschwierigste Punkt in der Begleitung unserer Kinder und das ist die Erziehung, also die Lenkung und die Führung unserer kleiner Chaospolzen, Träumerchen und, ja, sagen wir es, wie es ist, manchmal auch Terrorzwerge. Kindererziehung ist meines Erachtens die schwierigste Aufgabe, die das Leben für uns vorgesehen hat. Keinerlei Trainingsmöglichkeit, das heißt kein Üben möglich, und trotzdem sollen wir als Eltern einen Superjob machen. Und wenn man dann kein neurotypisches, sondern ein von ADHS betroffenes Kind hat, dann spielt man in puncto Erziehung wirklich in der superschwierigen Liga. Aber, und jetzt kommt's, wenn man dann zusätzlich auch noch selbst von ADHS betroffen ist, dann hat man wirklich den Erziehungs-Checkpot in Punkto Herausforderungen geknackt. Gut, dann sehen wir uns mal kurz an, was unsere Kinder in Bezug auf Erziehung und Begleitung von uns brauchen, wo es für Eltern, die selbst betroffen sind, schwierig werden könnte und wie man das auch als Elternteil mit ADHS gut hinbekommen kann. Zuerst also mal zu den Erziehungsbedingungen. Kinder, und gerade Kinder mit ADHS, brauchen von den Eltern klare Regeln und Grenzen, klar vorgegebene Linien und die Gewissheit, dass diese Regeln und Grenzen auch gelten und auf deren Einhalten bestanden wird. Denn Kinder, die von einem Erwachsenen nicht gezeigt bekommen, wo die Grenzen sind, denen keine Regeln als stützende Struktur mitgegeben werden, denen nicht erklärt wird, was in Ordnung ist und was nicht, wie man sich verhalten soll und wie nicht. Solche Kinder werden immer aggressiver bzw. verstärkt diese fehlende Führung, oft ganz massiv die Symptome der ADHS. Aber dadurch, dass Kinder mit ADHS so einen starken Willen haben, schaffen Eltern es oft nicht, sich gegen die starke Persönlichkeit von ihrem Spross zu seinem Wohl durchzusetzen, obwohl das Kind das so dringend brauchen würde. Hört euch dazu am besten die Podcasts 14, 15, 18, 19 und 20 an. Allerdings, sinnvolle Regeln, Grenzen und Konsequenzen sind nur die halbe Miete. Die andere Hälfte liegt darin, diese elterlichen Vorgaben wertschätzend zu erklären und zu vermitteln und bei Regelbruch oder Grenzüberschreitung klar zu sagen, dass das nicht geht, aber trotzdem in der Liebe und in der Wertschätzung zu bleiben. Hört euch dazu Podcast 63 und 75 an. Und ich wage jetzt mal zu behaupten, dass dieses in der Liebe bleiben und in der Wertschätzung zu bleiben der allerschwierigste Punkt in den zwei Jahrzehnten ist, in denen wir unsere Kinder begleiten. Denn es ist immens wichtig, immer wieder mal unliebsame Entscheidungen für das Kind zu treffen und bei dem zu bleiben, was vereinbart bzw. angekündigt wurde, wenn sich das Kind in seiner Bedürfnisorientiertheit für etwas anderes entscheiden würde, das ihm auf lange Sicht schaden würde. Das Herausfordernde ist dabei aber, die richtigen Worte zu finden, den richtigen Ton zu treffen, die richtige Situation abzuwarten und vor allem die eigenen Emotionen und Befindlichkeiten hintanzustellen. Genau hier wird es schwierig und zwar extrem schwierig. Denn von ADHS betroffene Erwachsene bringen hier leider, auch wenn es schmerzt, wenn ich das jetzt sagen muss, in den allermeisten Fällen relativ schlechte Voraussetzungen dafür mit. Denn erstens haben auch Erwachsene mit ADHS in der Regel sehr wenig Geduld, was natürlich in der Kindererziehung eine Tugend ist, die man brauchen würde. Überhaupt bei Kindern mit ADHS, wo man alles gefühlt 400 Mal sagen muss, bis es irgendwann mal sitzt. Wobei, man muss es ja gar nicht gefühlt 400 Mal sagen, sondern tatsächlich. Zum Zweiten handeln auch Erwachsene ADHSler oftmals impulsiv und sprechen dann Dinge in ihrem Zorn aus, die ihnen hinterher Leid tun, weil sie zu heftig waren, ungerecht waren und das Kind verletzt haben. Oder aber sie verhängen übertriebene Konsequenzen, die vollkommen überzeichnet sind, womit das eigene Konsequenzen-Repertoire aber sehr schnell erschöpft ist. So wird man dann oft von den Kids gar nicht mehr ernst genommen, weil man ein Jahr Tablet-Verbot oder nie wieder was zum Naschen kriegen natürlich sowieso nicht durchsetzen kann. ADHSler haben außerdem auch im Erwachsenenalter noch eine sehr dünne Haut und einen geringen Selbstwert und fühlen sich damit relativ schnell angegriffen, auch wenn ein Drei- oder Vierjähriger in seiner Wut und seiner Ohnmacht etwas sagt, das man eigentlich gar nicht ernst nehmen kann. Und je älter die Kinder werden, desto eher kochen die Emotionen bei den erwachsenen, betroffenen Eltern über, wenn das Kind in den Widerstand geht oder Aggressionen an den Tag legt. Denn je älter die Kids sind, desto ernster nimmt man sie tatsächlich. Und dann ist das natürlich ein hochexplosiver Cocktail, wenn sowohl Kind als auch Mutter oder Vater nicht mehr Herr ihrer Emotionen sind. Schließlich ist es bei erwachsenen ADHSlern auch oft so, dass sie keine Hilfe und Unterstützung annehmen wollen, weil sie vieles alleine hinbekommen wollen. Zum einen will man sich nicht unbedingt in die Karten gucken lassen, was die Erziehung des eigenen Kindes anbelangt. Zum zweiten haben auch viele Angst vom Jugendamt, das aber tatsächlich oft sehr gut helfen könnte. Und zum dritten ist das Annehmen von Hilfe durch andere für jemanden mit ADHS oft gleichbedeutend mit dem Unvermögen, es alleine hinzubekommen. Und das lässt sich mit dem angeknacksten Selbstwert einfach nicht vereinbaren. Was also tun bei all diesen Hürden? Wichtig ist, dass ihr wirklich bereit seid, euer eigenes Verhalten zu hinterfragen. Dass ihr den Mut habt, da mal genau hinzugucken und zu überlegen. Was triggert mich da so? Womit bringt mich mein Kind auf die Palme und wie reagiere ich dann eigentlich immer? Viele von euch werden da vermutlich das eine oder andere unschöne Muster erkennen, das einem dann hinterher ja ohnehin selbst immer leid tut. Dann nimmt man sich wieder vor, nö, beim nächsten Mal darf ich da nicht so aufbrausend reagieren, der arme Zwerg kann ja eigentlich nichts dafür. Aber dann kommt es 20 Minuten später daher das nächste Mal und bäm, dieselbe Explosion wie immer. Kann ich alles nachvollziehen, steinigt euch da nicht. Aber tut etwas dagegen. Alleine schafft man das meistens nicht. Aber wenn man sich dazu Unterstützung beim Psychotherapeuten holt, der hier mal ein paar Baustellen aus der Kindheit näher ansieht, und gerade wir ADHSler haben einige Baustellen aus der Kindheit mehr als nicht Betroffene. Wenn man diesen mutigen Schritt also wagt, dann kann das unheimlich helfen. Und ja, ich sage mutiger Schritt. Denn es kann schon Überwindung kosten, sich einzugestehen, dass man es alleine nicht schafft, dass man diesen Schritt aber zum Wohl seines Kindes macht. Die Wunden, die entstanden sind, als wir selbst noch Kinder waren, hindern uns nämlich oft daran, dass wir uns unseren Kindern gegenüber so verhalten, wie das für ihre seelische Entwicklung nötig wäre. Ein guter Therapeut kann ganz viel dazu beitragen, dass vieles in uns heilen kann, und dann fällt es bei weitem leichter, bei Konflikten idealer zu reagieren. Was ebenfalls wirklich gut helfen kann, ist, wenn ihr euch um ein gutes Entspannungstraining umseht. Wenn wir lernen, wie wir es schaffen können, innerlich von den 250, mit denen wir oftmals im Kopf unterwegs sind, auf wenigstens 80 runterzufahren, hilft uns das nicht nur im Umgang mit unseren Kindern gelassener zu sein, sondern hat positive Auswirkungen auf unser gesamtes Leben und auf viele andere Abläufe, die dann ebenfalls besser funktionieren. Ich weiß, gerade von ADHS-Betroffene können das Wort Entspannung schon mal kaum aussprechen, geschweige denn ein Training dafür machen. Aber glaubt mir, auch wir können das. Denn eine unserer positiven Eigenschaften ist unsere Willenskraft. Und wenn wir uns etwas in den Kopf setzen, dann schaffen wir das auch. Also ran ans Entspannungstraining, ihr kriegt das hin, versprochen. Und für diejenigen von euch, die tatsächlich aggressive Tendenzen bei sich wahrnehmen, steinigt euch nicht, aber tut etwas dagegen. Denn da kann ein Anti-Aggressionstraining extrem viel helfen. Ich kenne einige Mütter und Väter, die ein solches Training hinter sich haben und mir rückgemeldet haben, dass sie nun viel angemessener sowohl mit ihrem Kind als auch mit anderen Menschen umgehen können. Was mich zu einem weiteren wichtigen Punkt bringt, und das sind Medikamente. Solltet ihr schon eine Diagnose haben, aber keine Medikamente nehmen, versucht es zumindest einmal mit Medikamenten für adultes, also erwachsenes ADHS. Diese Tabletten können so wie bei unseren Kindern wahre Wunder wirken. Sie helfen oftmals, den Nebel im Kopf zu lichten. Das Chaos in den Gedanken zu schlichten und vor allem die Emotionen deutlich besser kontrollieren zu können. Schließlich, holt euch Hilfe, wo immer ihr könnt. Beispielsweise in Selbsthilfegruppen. In Deutschland ist da allen voran, ADHS Deutschland e.V. zu nennen. Für Österreich ist es unser nationaler Selbsthilfeverband ADAPT. Und für die Schweiz ist das ELPOS. Es tut nicht nur unseren Kindern gut zu sehen, dass sie nicht die einzigen Betroffenen sind, sondern auch uns als Erwachsene, wenn wir plötzlich erkennen, nicht nur ich ticke anders, da gibt es noch mehr von meiner Sorte. Holt euch aber auch Hilfe durch Sozialhelfer. In Elterntrainings. Mit ehrenamtlichen Leihopas. Alles, was euch entlastet, entlastet schlussendlich auch euer Kind. Denn wenn ihr mit den Nerven am Ende seid, müde seid, überfordert seid, in ständiger Zeitnot seid, ist das ein ganz gefährlicher, explosiver Erziehungscocktail, der sich an den kleinsten Kleinigkeiten entzündet. Hört euch dazu am besten die Podcasts 21, 22 und 23 an. Ich verlinke auch dazu wieder in den Shownotes. Und der zweite Problembereich, den wir uns heute ansehen wollen, ist die Tatsache, dass man als erwachsener Betroffener oftmal nicht sehr strukturiert und organisiert ist, und das bringt gleich mehrere Schwierigkeiten mit sich. Zum einen gibt es eine Vielzahl von Terminen, die man als Eltern am Schirm haben muss. Wann ist welche Hausaufgabe abzugeben? Wann ist die nächste Klassenarbeit? Wann geht's ab zum nächsten Schulausflug? Wann ist die Breakdance oder Gitarrestunde? Wann muss ich mein Kind zur Geburtstagsparty bringen? Wann habe ich das nächste Lehrergespräch? Und bei Kindern mit ADHS kommen zu all dem dann auch noch die Termine mit Psychologen, Ärzten und Therapeuten bzw. Coaches und Trainern dazu. Zum Thema bitte die Kids nicht mit zu vielen Therapien und Trainings überlasten, wird es im Übrigen bald einen Podcast geben. Ich sage das jetzt hier nur für diejenigen unter euch, die sich jetzt denken, au weia, mein Kind hat gerade mal eine Stunde Ergotherapie pro Woche. Gut so, kann ich nur sagen. Aber gut, zurück zu unserem Thema viele Termine. Nicht nur, dass diese Termine alle im Auge behalten werden müssen, muss man sich ja auch noch darum kümmern, dass für die jeweiligen Aktivitäten und Termine die entsprechenden Vorkehrungen getroffen werden bzw. Materialien vorhanden sind. Das heißt, ich muss als Mama oder Papa wissen, was kommt denn überhaupt zum Test? Sind die Lernunterlagen vollständig? Ich muss mich um saubere Trainingsbekleidung kümmern, um ein Geburtstagsgeschenk für den Freund, um die Übernachtungssachen, wenn nach der Party dort geschlafen wird. Ich muss das Gespräch für die Lehrkraft vorbereiten. Für die Behandlungen brauche ich Befunde, Rezepte. Die Liste ist endlos. Und zum Zweiten kommt hinzu, dass ja auch das Kind selbst Struktur, Organisation und Zeitmanagement lernen muss und dabei entsprechende Unterstützung von uns braucht. Kinder lernen zum einen viel durch das Vorleben und Abgucken, was schon mal ausscheidet, wenn man selbst Probleme mit der Organisation hat. Zum anderen lernen Heranwachsende sich zu organisieren und auf die Zeit zu achten, ihren Tag zu strukturieren, indem wir es ihnen aktiv beibringen, was ebenfalls schwierig ist, wenn wir mit all diesen Dingen selbst kämpfen. Aber kein Grund zur Verzweiflung, auch hier gibt es Lösungen. Punkt 1 ist die wieder offenbare Antwort. Wenn ihr tatsächlich selbst betroffen seid oder zumindest mal grobe Probleme in Struktur und Organisation habt, dann versucht einen Teil dieser für euch belastenden Aufgaben an euren Partner abzugeben. Setzt euch da wirklich mal zusammen und überlegt euch gemeinsam, was alles zu tun ist, wer was übernehmen könnte und vor allem auch, wie man einen Großteil dieser Dinge in fixe Routinen im Tagesablauf einarbeiten kann und einbauen kann. Denn das, was tatsächlich am besten hilft, ist, wenn man für viele dieser Dinge fixe Routinen und Abläufe hat, durch die man nicht extra an alles denken muss, sondern wo zum Beispiel klar ist, dass nach dem Mittagessen, nach einer weiteren Viertelstunde Erholung, die Hausaufgabensachen rausgeholt werden und die Hausaufgaben erledigt werden. Weil das jeden Tag so ist. Oder vielleicht wird ja bei euch auch mit den Hausaufgaben immer um 17 Uhr begonnen, weil um 19 Uhr Abendessen ist und ihr ein Auge auf die Hausaufgaben habt, während euer Junior oder euer Mädel am Küchentisch sitzt und ihr nebenbei kocht. Oder dass die Trainingssachen immer abends nach dem Packen des Schulranzens in die entsprechende Trainingstasche gepackt werden. Verknüpft also verschiedene Handlungen mit anderen fix stattfindenden Handlungen oder fixen Uhrzeiten. Nach dem Motto, wenn das Abendessen vorbei ist, wird der Ranzen gepackt. Oder wenn ich zu kochen Beginne startet mein Kind mit den Hausaufgaben. Macht euch auch gerne Pläne. Hängt die sichtbar auf, wo sie für die ganze Familie gut einsehbar sind und geht dort mehrmals täglich hin und guckt, was als nächstes dran ist. Und zum Thema Zeitmanagement. Wir haben heute alle ein Smartphone. Nutzt es wirklich dafür, euch Timer für die verschiedenen Dinge zu stellen. Bei mir gehen täglich an die 20 Timer los, weil ich sonst mindestens selbst 80% dessen, was ich routinemäßig zu erledigen habe, vergessen würde. Bei mir ist das zum Beispiel Blumengießen, die Mülltonne rausführen, meine Vitamine zu nehmen. Aber auch mich 30 Minuten bevor eine Online-Veranstaltung losgeht vorzubereiten, weil es sein könnte, dass ich sonst die Zeit übersehe. Wichtig ist bei diesen Timern auch, sie nicht so einzustellen, dass sie erst dann losgehen, wenn ihr zum Beispiel jetzt das Haus verlassen müsst, sondern dass da schon ein Timer für den Zeitpuffer davor losgeht. Dass ihr zum Beispiel sämtliche Dinge, die ihr zum Weggehen braucht, auch noch zusammentragen könnt, euch entsprechend kleiden oder stylen könnt und dann nicht ins Trudeln geratet. Und für all jene, die das schon versucht haben und vieles dennoch nicht klappt. Es gibt Seminare und Kurse zum Thema Organisation im Alltag oder Aufschieberitis oder Zeitmanagement. Fragt doch mal auf sozialen Plattformen oder in Foren nach, oder vielleicht findet sich ja auch der eine oder andere in eurem Umfeld, der so etwas schon mal erfolgreich hinter sich gebracht hat. Außerdem könnt ihr euch zu diesem Thema meinem Podcast 22 anhören, denn darin geht es genau darum. Versucht hier wirklich in bessere Strukturen und Abläufe zu kommen, denn es ist nichts stressiger, als aufgrund von Vergessenem und Versäumten, anschließend die doppelte Arbeit zu haben. Und es ist auch nichts trauriger für euch und euer Kind, als die Theatervorstellung in der Schule verpasst zu haben, eine Stunde zu spät zur Kinderparty zu kommen, oder beim Training vom Trainer ausgeschimpft zu werden, weil das Kind zu spät aufkreuzt und das eigentlich nur, weil Mama oder Papa wieder mal die Zeit nicht im Blick hatten. Gut ihr Lieben, das war's für Teil 2 der Eltern mit ADHS-Serie. Vergesst nicht, euch das PDF runterzuladen, wenn ihr alles aus dieser Episode nochmal nachlesen möchtet. Das könnt ihr unter www.adhshilfe.net slash Eltern mit ADHS 2 tun. Und ich erinnere auch nochmal an die Möglichkeit, sich einen Platz für das Webinar Ende April zu reservieren. Die Internetadresse für die Anmeldung ist www.adhshilfe.net slash Webinar. Dann freue ich mich auf nächste Woche, wo es wieder um eine Vielzahl von Dingen geben wird, die selbst betroffenen Eltern Schwierigkeiten bereiten und für die es aber auch durchaus Lösungen gibt. Es wird um den Medienkonsum gehen, der nicht nur bei unseren Kids oft vieles aus den Fugen geraten lässt, sondern auch für Erwachsene Betroffene oftmals ein Problem darstellt. Außerdem werden wir uns ansehen, welche Probleme die große Ablenkbarkeit, die uns auch im Erwachsenenalter oft noch begleitet, in der Erziehung darstellt und wir werden auch noch einige andere Erziehungshürden besprechen. Aber was im kommenden und gleichzeitig letzten Teil dieser Serie ebenfalls ein Thema sein wird, sind all die positiven Eigenschaften, die wir als betroffene Eltern mitbringen und die uns im Vergleich zu neurotypischen Eltern durchaus Vorteile bringen. Ich hoffe, ihr seid da wieder mit dabei. Vielen Dank. !